Dünner, im Duell gegen Brunner, da geht Hedboniemi, da ist der Alexi Hedboniemi, was für ein Debüt, vierte Spielminute, 1 zu 0. Also für ihn war ja vor dem Tor schon Weihnachten, aber jetzt noch Geburtstag dazu, frühzeitig, denn was für ein Start in die nächste Liga, verlät hier Melvin Niffele und meldet sich hier gleich einmal an, in der höchsten Schweizer Liga. Dann ist die Scheibe tatsächlich drin, Makai Holdener, der Torschütze, wunderschön gemacht von Holdener, ausgezeichnet, rübergezogen, super Treffer, zwischen den Beinen durch, technisch hervorragend von ihm hier, von Makai Holdener. Das ist dann der Gegenzug, Zarela, wow, was war denn das? 29. Minute, Alexi Zarela gleicht aus. Wow, es ist ein Genuss, dieses Tor, Wahnsinn, einhändig, backhand, versuchen Sie mal, einhändig, backhand, die Scheibe überhaupt anzuheben. Was für ein klasse Treffer von Alexi Zarela. 32 Sekunden genau benötigten die Landauer zum Anschlusstor und jetzt kommen sie zum Ausgleich. Julian Schmutz, wir haben es zu Beginn der Übertragung gesagt. Er hat im letzten Spiel gegen Kloten eine Triplette erzielt. Jetzt ist er bei zwei Toren, wie er diesen Treffer aus der Lucht erzielt. Und Julian Schmutz im Stile eines Baseball-Profis hier. Jetzt hat Rayala Platz, versucht es mit einem 1 gegen 1 und er trifft Tony Rayala. Schiesst den EHC viel, heute Abend erstmals in Führung. Und dann natürlich die gebaute Ladung, finnische Eishockey-Kunst und das führt zum 3 zu 1. Ja, da stehen ein paar Weltmeister-Titel auf dem Eis. Phil Poulot aus dem Triple Gold Club. Stanley Cup-Sieger, Weltmeister-Olympiasieger mit den Finnen. Malone, schön gemacht. Noch einmal Malone, der tanzt da. Ein zwischen den Beinen durch und da kommt das 1 zu 0. Harry Pesonen. Führt zum 1 zu 0, aber noch einmal die Aktion von Malone. Malone, der hier sich durchdribbelt und Pesonen, der dann abstauben kann. Jetzt viel Platz für Leon Priestett. Der hat da nur noch einen vor sich. Priestett! Wow, was für ein Tor. Weltklasse, der Treffer von Leon Priestett. Vorarbeit von Enzo Korbi und dann einfach nur geniessen. Noch einmal Pestoni, der hat Blut gelegt! Inti Pestoni, der Künstler. Ich bin sprachlos. Ich weiss, was Inti Pestoni drauf hat. Aber was er hier gezeigt hat, das ist sensationell. Schauen Sie hin und geniessen Sie. Pestoni on fire. Die Toten auch durcheinander zu werden und das gelingt es hier. Fassweise Riesentor! Riesentor von Samuel Erni! Unglaubliches Tor von Samuel Erni. Ja, wenn er trifft es, dann für die Highlight Show. Absolut unfassbares Tor von Samuel Erni.